hallo was geht es wieder soweit herzlich willkommen zu einem neuen video bevor meg tv stream highlight startet noch mal werbung in eigener sache mpogee hat wieder einen big restock bekommen und tut mir leid dass ich euch auf youtube hier so spät darüber informiert habe wir haben in allen drei ländern deutschland österreich schweiz ab zwei dosen eine versandt kostenfreie aktion zwei dosen in den wahrenkorb megity v als code eingeben dann kriegt die versandkosten frei die sachen zugeliefert vanilla cola zitronen eistee und lemon lime sind schon ausverkauft bubblegum auch schon fast ausverkauft die anderen dosen ist noch da mango passions frucht ist zum beispiel ein absoluter banger genauso wie cherry berry wasser melone und lemon lime aber ist gerade ausverkauft viel dank dafür den support und ich wünsche euch viel viel spaß mit mickey tv stream highlights link zu mpogee in der video beschreibung erster link abfahrt also abonniere kein konzert ohne big mac band in welken auch auch Was ist denn das, ein Salamander? Sind das nicht Salamander? Es ist ein Elefant, ein Elefant ist es, ein Elefant. Wisst ihr warum ich das so gut kann? Weil ich das immer auf Kindergeburtstagen mache. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Warten auf den Lotsen, warten auf den nächsten Hafen, immer nur warten. Aber so ist das Leben. Da kommt er endlich. Über die Gangway gelangt der Lotse an Deck. Auch die Schlepper sind bereit. Alles klar zum Ablegen. Das läuft in allen Häfen nach den gleichen Regeln ab. Der Lotse dirigiert die Schlepper und der Kapitän seine Mannschaft. Die Verantwortung... Killertauben-Time. Über den Wolken muss die Freiheit wohl... Das Baby... Also unseren guten Willen zu zeigen. Ich will es einfach essen. Endlich mal was. Fast bin ich runtergeflogen. Was soll das denn für ne kurze Rakete? Was? Was? Wie stuck man ist. Ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Wenn du Bilder von dem Thee machst machst du da eigentlich Dickpics? Ich will dich, ich will dich! Ich breit's, Sophie! Runter mit dir! Du kleine Sch... Scheiße. Gebrochen! So gebrochen! Ich seh nix! Nein! Das Karma hittet so hart! Bro! 舉手 an! Wishink! Wishink! DEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I am so happy, I am happy and lucky me DAS ISNN T. DAS IST KEIN P. Es ist n T. Es ist n Buchstabe! Es ist n T. Es ist n T. Es ist kein P. Es ist auch kein Tenis. Es ist ein T, der Buchstabe T. Da steht Miki TV. Was sollte denn da sonst stehen? Was sollte da stehen? Da steht Miki. Und dann? Oh, es ist so eine Gequetsche. Hilfe, bitte, lass mich nicht rausfliegen. Ich würde es nicht ertragen. Ich würde es nicht ertragen. Bitte nicht. Oh mein Gott. In der letzten... Rentner sagen, dass er sofort aufhören soll, sein Dieselfahrzeug zu fahren. Herbert! Jetzt hör mal auf, wieder mit der Dieselscheiße! Meine Fresse! Wenn hier einer noch Diesel fährt! Das bricht. Oh mein Gott! 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 Carsten hat geschlafen im Gästezimmer bei mir und mitten in der Nacht kam ich zu ihm ins Zimmer rein und hab ihm den tiefsten Arschbohrer gegeben den ihr euch nur vorstellen könnt danach hab ich an meinem Finger gerochen und es roch einfach nach Rotluchs dann bin ich ins Bett hab mir kurz die Hände vorher gewaschen und hab mich einfach wieder hingelegt beautiful girls in a beautiful world it's a sensation like a celebration I'm nothing for you baby nothing for you ich schnapp jetzt was anderes noch ja der kann Danny Danny und Rundfunk Lizenz man sagt zu Danny du brauchst ne Rundfunk Lizenz das kostet 10.000 Euro der geht einfach insolvenz ich will in den Panzer einsteigen genau damit F-Drück geht er kaputt danke das ist nass dasss mir geht dass mich die ceğiz habe Danny hat einen kleinen Schniedel Er ist wieder in meinem Mund Ich will wieder seinen Schniedel Ja, ich will ihn ohne Grund Danny hat einen nice Cock, er ist riesig groß Danny hat einen nice Grund Fuck